Großartig, wir haben die geschlüsselt für den Bereich der Mannschaft. Lass uns dort hin zurückgehen. Du weißt schon, da wo es rot blinkt. Ja ja, okay, wir sind gleich hinter dir. Ja genau, das macht mir Angst. Zweiter Stock. Das ist der dritte. Da. Schon mal den ganzen Weg zurücklaufen, ey. Da wo der Tyrant war. So kann man ein Spiel auch kürzlich in die Länge ziehen. Backtrack, backtrack. Hey, wir konnten nur 20 Maps machen. Lass die Leute einfach immer hin- und herlaufen, okay? Merkt schon keiner. Du könntest mal ein bisschen Munition finden wieder. Ich könnte auch... Ja, ja, ist so, ey. Ich arbeite ja hier schon sehr munitionssparend. Mädchen, wenn du mal hier runterkommen könntest, könnten wir auch mal weiterarbeiten, danke. Dosching-Skills. Ja, brauchst du auch, ey. Ich glaube, als kleiner Stopfen hätte ich das niemals geschafft hier, ey. Wo ist die alte hin? Na egal. Wow! Ach, come on! Wer hat das nicht erwartet? Wäre der Tyrant da gewesen, hätte ich ihn... Einen Shotgun-Schuss, zwei Shotgun-Schüsse, drei Shotgun-Schüsse... Ich merke, ich kann mit der Shotgun ein bisschen mehr arbeiten, weil die eigentlich echt kacke ist. Hm. Aber im Tyrant war es immer gut. Das war das Stummgewehr. Hm. Ich bin der Meinung, wir haben die noch mal Shotgun-T. Du musst noch höher. Ja, ja, ich weiß. Oder tiefer, oder... Nee, hier einmal rein, glaube ich. Mittlerweile kenne ich das Schiff ein bisschen besser, ey. Wir müssten es jetzt an einem Stück aufnehmen, ansonsten finde ich meinen Weg nicht mehr zurecht im nächsten Part. Pfff... Jöööööööööööööööööööööööööööööööööö... Oh, ich bin schon fies. Du bist so hoch. Ups. So viel zu, ich kenn mich hier aus. Scheiße gelaufen, ne? Und das machen wir nach Resi-Evil-Gaid. Boah, ich weiß es gar nicht, ey... Ich mein, Resi-7 haben wir ja jetzt so gefühlt zur Hälfte aufgenommen. Ich bin da eh wieder krass für noch einen Resi-Evil-Was sagst du denn? Ja, ja. Aber nicht Resident Evil 7, da sind wir noch nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Äh, wo muss ich denn jetzt lang? Ach! Ich bin da nicht zu hoch gelaufen. Ich fuchs. Hättest du eine Idee? Also Resident Evil 5 wäre eine Option. Ja. Wer ist das denn? Ist das der hier? Oder bist du da unten, das? Es sind so viele! Ich geh mit, das auf dich. Resident Evil 5 müssen bei dir das erstmal noch auf Steam besorgen. Das läuft auch mit deinem Rechner, ja. Boah, ist ja eine ganze Mannschaft hier dabei, ey. Headshot. Kein Shot. Warte, ich mach's einfach so. Immer wenn er in der Ecke ist, kann ich jetzt treffen. Ich bin ein Fuchs, Alter. Du hast den, du Penner. Oh, ich brauch nicht noch mein Kräuter, Alter. Da rennst du einfach ein paar Mal weg jetzt. Du meinst jetzt? Aua! Da kommt doch schon der Nächste. Oh, oh. Boah, hätte er dich gleich wieder gegrabt. Boah! Jetzt müssen sie aber ausrasten, ey. So klar gewesen, ey. Gut, du hast noch einen Schuss mit der Pumpgun. Ja, ich nehm jetzt einfach das Messer und hoffe aufs Beste. Heil dich mal. In dem kleinen Grün. Ne, ne, das geht noch auf Gelb und auf Rot. Okay. On your Verantwortung. Dieses Spiel ist so geil. Ich weiß nicht, was du mit der ganzen Munition gemacht hast, die wir mal hatten. Ja, die fressen ja wie behindert, die scheiß Penner, ey. Ja, zieh mir noch ein Kriff. Was? Ja, es geht da bis Rot, ne? Ja, es geht wirklich bis Rot. Ohne Scheiß. Ja, ich gucke mal, Alter. Spawn mich doch einfach direkt beim Todesscreen. Sei froh, dass es Checkpoints gibt, ey. Sonst wär's frustriert. Zusammen gesagt, heute. Guck dir das an. Du solltest dich heilen. Ja, jetzt. Ja, ja, ich weiß. Nehmen wir mal. Was macht denn das Gelbe? Mittlere Schäden. Das klingt, als würde es mir gut tun. Perfekt, alles klar. Weißt du, vielleicht benutze ich einfach nur die Charaktere falsch und sollte hier für Leon benutzen, aber ich hab doch keine Ahnung. So, jetzt locke ich den hier weg. Ich hab die Schnauze voll hier. Komm jetzt einfach her. Ich weiß, ich könnte auch nach rechts reinlaufen, aber das lässt er mich nicht. Der geht aber nicht weiter rechts rüber. Doch. Das schaffe ich. Oh, nicht in seine Beine reinlaufen, wenn auch nur ein Pixel seine Beine berührt hat. Dann bin ich tot. Boah, das Spiel ist sehr interessant. Jetzt spawnen mir eh wieder einen in der Fresse und ich muss für zwei Minuten, warte, hier. Hier ist was drin. Oh, Pistolenkugeln. Oh. So, zwei, weißt du. Und es sind wieder 5000 Leute. Du meinst von zwölf. Ja. So, wo ist der scheiß Crew-Schlüssel? Hier. Friss das und rein da. Ach, die haben wieder diese Schläger in der Hand. Ich muss echt einfach lernen zu dodgen jetzt noch ein bisschen mehr. Was geht ab? Hi, Parts! Der Schläger hat eine Explosion, den Emulator. Ist so. Lucia, bist du verletzt? Ich bin in Ordnung. Warum führen wir selbst gespräche? Das Feuer breitet sich aus. Wenn es in den Maschinenraum erreicht, wird das Schiff explodieren. Oh, wir gehen mit in die Luft. Wie siehst du aus, Leon? Ich werde über Funk den Helikopter rufen. Jetzt. Hallo, Helikopter. Könntest du uns jetzt holen? Wir müssen von dieser schwimmenden Todesfalle verschwinden. Wir haben ja noch ein U-Boot und so, ne? Mayday, Mayday. Ja, HQ, hört ihr mich? Unport, Nova. Ja, hier ist das Hauptgott der Over. Ich habe Leon gefunden. Wir haben noch ein Mädchen bei uns. Sie scheint die einzige Überlebende zu sein. Was ist mit der BUFF? Wir arbeiten dran. Im Moment haben wir andere Sorgen. Das Schiff kann jeden Moment sinken. Wir brauchen einen Helikopter für eine Sofortevakuierung. Negativ. Wir können diesen Sturm keinen Helikopter noch bringen. Haltet aus, bis der Sturm vorbei ist. Halt deine Schnauze. Sobald das Wetter ruhiger ist, holt einen Helikopter euch wieder raus. So müsst ihr einen, ziehst du dir mal einen Stock aus dem Arsch, ja? Gute. Mal sehen, was hier so abgeht und bla bla bla. Hey, HQ, hier sind überall tödliche Sachen. Das wird explodiert. Könnt ihr Helikopter schicken? Du hast mal rausgeguckt, das regnet. Ich kann gar nicht verstehen, dass das ein Spin-Off ist. Noch etwas. Wir haben neue Informationen über die BUFF erhalten. Wie ist das hier, du Arschloch? Vielleicht ist die Dame zu finden. Sie hat grünes Blut. Echt? Ich bin Omole. Ich habe grünes Blut. Bitte bestätigen. Das ist so. Du musst wie die Schlocki fürs Wegtucken. Grünes Blut. Oh, verstanden. Verratzen sind. Verratzen. Alter, 10 von 10. Geile Spieler, auf jeden Fall. Verratan sind. Tja, sieht aus, als hättest du dich getäuscht. Du bist auch ein Klugscheißer, ne Leon. Ist so. Du hast dich getäuscht, Trollface. Ich glaube schon, hör zu Leon. Willst du kacken oder willst du was buchen jetzt hier, was du machen? Hallo Leon. Willst du jetzt Klugscheißer, kannst du bitte den Brandler schneiden? Hättest du dich getäuscht? Boah. Tja, hast du dich wohl getäuscht? Ja, der Arschka. Lies dir das vor, Mann. Wir können mir aufs Zeit gehören, bis der Helikopter kommt. Wenn das Wetter wieder gut wird. Oh, der kommt erst ein paar Schünschi, ne? Weiß schon Bescheid, Barry. Grünes Blut. Was hast du vor? Ich muss da noch drücken, Bart. Ja, wäre nicht schlecht. Vertrauen mir, ich bin gleich zurück. Wir rennen nochmal zur anderen Seite des Schiffes. Mit den Zombies. HQ, kurze Frage. Grünes Blut, wirklich? Ja, sicher. Der Erzähler. Du siehst hier. Bleib dicht bei mir. Auf Hightech-Schiffen wie diesem hier. Wird alles durch den Hauptcomputer gesteuert. Ah, jetzt können wir da hin. Danke. Lass uns in den Computerraum gehen. Das ist auch blöd. Dort können wir versuchen, die Sprinkler zu aktivieren. Okay, ich bin gleich hinter dir. Und nicht vergessen, grünes Blut. Boah, ich bin gespannt, wo der... Da ist der Computerraum. Wollt ihr mich verarschen? Hier ist so eine Scheiß. Wo ist die Tür, die da hinführt? Ich glaube, hier ist ein Aufzug vielleicht. Ah, das macht Sinn. Oder bist du ein Aufzug? Ja, aber gucken wir uns erstmal hier sonst ein bisschen. Wahrscheinlich wäre der ganz rechte, der richtige, oder? Oh, ich bin Leon gerade. Guck mal. Wo ist Barry hin? Der ist jetzt was gucken gegangen. Hat er doch gesagt. Hörst du ihm auch nie zu, ey. Boah. Ich wusste gar nicht, dass Leon schwarze Haare hat. Leon ist in Wirklichkeit Albert Oeska. Aber warum hat Barry keine Waffen mitgenommen? Barry, das ist doch nicht so eine gute Idee. Hör mal. Na komm, Barry. Barry kann sich aber mit dem Buttermesser verteidigen. Ist so. So, ich würde ganz gerne rechts mal ein bisschen mich umschauen, wenn der, äh, wer hat... Erzeugen wir mich, dass man lassen würde. Der muss noch eine Ecke höher. Hallo? Will er mich verarschen? Du stehst genau in der Mitte, du kleiner Penner. Ich kann nicht tiefer als so. Jetzt. 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 Nein. Nein, du Penner. Jo, von denen kommt auch noch einer, der mich gangrapen will, ey. Lass den nicht wieder totbeißen. Naja, ist eh ein Checkpoint hier direkt. Wie dem alles egal ist. Ja, jetzt stell den Mann hier. Ach, er ist hier gar nix, ey. Lauf, motherfucker. I'm on it. Ja. Hättet ihr hier vielleicht doch ein bisschen noch mehr in den Raum stellen können, dass ich direkt... Heil dich, Mann! Dass ich direkt sterbe, wenn ich in den Raum gehe. Das wäre voll die geile Idee, ey. Boah, wieso bin ich auf rot? Da wird schon Munition drin liegen. Also, kämpf die jetzt da durch. Boah, wie das gelbe Kraut mich einfach komplett heilt. Wo gibt's da überhaupt ein rotes? Ich gehe jetzt in einen anderen Raum hier. Ist mir jetzt so doof. Oh, ist er weggegangen? Jetzt töte den nochmal, du Fotze. Ich hab nur zwölf Pistolenkugeln. Oh, komm, ich kann nicht... Ja, und? Da in dem Raum wird schon irgendwas liegen, was das wert macht, dass du die ausgibst. Ja, warte. Kann ich hier mit dem Zemtec rein? Nee, leider nicht. Ja, kannst du mal... ...un die Eier schmieren, das Ding, ey. So, jetzt komm ich aber dann vorbei. Mhm. Andis Taktik. Not working. So not working! Oh Gott, ey. Da lag noch was, oder? Nee. Nee, nee. Aber hier liegt hundertprozentig nochmal irgendwo was. Kann doch nicht nur zwölf Pistolenkugeln hier rumliegen. Doch. Schwul. Warum nicht hetero? Hetero. Oh, du Penner! Ohne Scheiß! Ich war schon an der Tür, du Wichser! Jetzt reicht's, dafür gibt's Headshots. Okay, nicht ganz. Okay, nicht ganz. Okay, nicht ganz. Okay, nicht ganz. Fast. Ja, hat schon voll viel Kuh gekostet. Ja, siehst du mal. War schon hart. Was ist denn hier? Jetzt gehen wir in den Scheißaufzug. Oh, hier ist das Deck, wo wir schon gewesen sind. Okay. Hier war nur Kacke. Aber ich könnte außen rumlaufen. Ich will mich nicht nochmal von dir fisten. Ich kann dich mal füsten, ey. Ey, das gibt's doch nicht. Kill ihn einfach. Mach ich jetzt auch. Einfach ein Headshot. Ist doch nicht schwer. Hast du gerade nochmal in die Luft geschossen? Guck mal, wie er nochmal aufsteht! Ja, ich hab mir in die Luft geschossen. Gehen wir hoch oder runter? Was sagst du? Na runter. Holst du hoch? Nee, wir müssen hoch. Wir müssen in den Computerraum. Dann bist du nicht... Achso, du bist erst im zweiten. Na ja, dann hoch. Ja, aber wir können auch runter. Wie? Doch, wir können auch nochmal hoch. Ja, klar. Aber was willst du im vierten? Nicht durch die Tür kommen. Das ist super. Zehn von zehn, Besteidee. Oh, ich glaube, ich habe Gegner gefunden. Gehen wir mal hier runter. Da kommen wir nicht rein. Gehen wir mal hier hoch. Da kommen wir... Oh, nicht rein! Kann ich denn vielleicht hier... Kann ich denn vielleicht hier irgendwo... ...meinen scheiß Samtech endlich benutzen? Oh! Was ist das für ein Teil gewesen? Was ist denn eigentlich? Das ist eine Bombe. Ah. Ja, natürlich. Ja, klar. Bomben wir mal die Tür auf. Hallo! Alles klar? Ich wollte mal... Ich wollte mal... Kicken, weil dir so abgeht, Freunde! Boah! Alter! Peter! Pass auf, dass du nicht verreckst, ey. Mach schnell jetzt. Oh, oh. Ja, kill erstmal den ganz hinten. Hä? Hat er... Dass du gerade keinen Schaden genommen hast, Alter. Wundert mich auch. Oh, 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 oh! Ab in den dritten Stock. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur die Karte, um in den Computerraum zu kommen, sondern ich habe auch die Karte, um in den Computerraum zu kommen. Und den Computer zu benutzen. Wie viele Sachen brauche ich noch, um PC hochzufahren? Du brauchst einen Stock, um den Knopf zu drücken. Ich brauche mal einen Stock, um den Arsch zu ziehen, ey. Ist wenigstens hier mal drinne. Jawoll. Könntest du auch mal anlegen, die Panzer, weißt du? Weil du musst dir nicht so viel Schaden kriegen. Ich wollte sie mir eigentlich für Bosse aufheben, aber... Ja, aber du hast ja mehrere. Jetzt leg einen davon an, du Ficker. Aber nicht für Leon, sondern für Barry gleich. Oh, weißt du, wann du Barry ja kriegst? Wann denn? Relativ schnell. Junge, zieh jetzt die scheiß Kevlar an. Alles klar. Ohne einen davon. Alles klar. Ja, warte. Du hast so viele davon. Ich habe Kevlar, ich habe Titanium und ich habe Diamet. Ich denke mal, du nimmst Kevlar. Info. Hält zugefügten Kampfschaden ab. Ja, zieh an das Ding jetzt. Gib doch, ey. Und heilen könntest du dich auch bald mal wieder. Ja, wenn ich einen Treffer kassiere. Und wenn er mich hier mal vorbeilassen würde. Warum? Du musst jetzt wieder einen anderen Stock. Nee, ich muss in den PC rum. Der ist hier. Weißt du was? Ich mache es jetzt richtig smart. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Jetzt wird es geil. Ich lache, wenn du einmal getroffen hast und der Kevlar-Panzer ist weg. Ich laufe jetzt hier unten in den Aufzug nach links rein. Boah, du Fuchs. Boah, hör mal. Ich bin schon so ein bisschen stolz auf die Idee gerade. Außer es geht direkt vor meiner Tür. Nee, du Wichst. Ja, geiler Computerraum, den du dir ausgedacht hast. Oder ist der da rechts oben? Sag mir nicht, da ist der rechts oben. Oh, for fuck's sake Okay, einmal wieder zurück Beste Idee ever Weißt du, das Schlimme ist ja nicht, dass ich laufen muss Das Schlimme ist, dass ich dein Grinsen gerade ertragen muss Das macht die Sache für mich viel schlimmer, als dass ich ein bisschen laufen muss Ja, hau mal auf mit der Terror-Mucke hier, ist ja gut Ich finde, du solltest da öfter durch diese Fahrstühle laufen Ich finde, du solltest mal ein bisschen leiser sein So Ich finde es voll krass, wie du einfach mal die ehene Tür weggebombt hast So random-mäßig Ist so, einfach bumm und dann geht die Tür einfach auf Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das Zeug zu benutzen, ey Ganz ehrlich, ich auch nicht So, wenn er mal hier weggehen könnte Andi playing Resident Evil Oh, kommst du mal bitte runter Not fighting anything Oh, hier liegt was Na, Schaden-Document Du politische Zugangskarte des Computers, um ihn neu zu starten Hast du doch Die Operationen, die ihn bedienen, sind oft im Ja, die habe ich doch schon lange gefunden, ihr Penner Hä, was? Hört aber auf mit dem ganzen Garten, bitte Okay, langsam wird es für eurem Dikulis Datenraum im Ersten Alles klar Du kriegst mich nicht, du Penner Okay, der Computer ist wieder raufgefahren Raufgefahren? Aber wir können Sprinkler nicht von hier aus starten Sondern nur vom Datenraum aus Ja, warum auch? Warum habe ich jetzt zwei Keykarten gebraucht Für den Raum, der mir nix bringt? Das muss zu den Sicherheitseinrichtungen des Schiffs gehören Okay, gehen wir Oh, ich finde es geil, wie ich gerade nicht lesen muss Äh, for fuck's sake Barry, kann öfter mal Urlaub machen? Oh, ich hasse dich Wie hast du mich gesehen, Schatz, du rückst mich zu mir, du Penner Geh da einfach um den Stuhl rum Oder auch nicht Nee, der kriegt mich, ich komme nicht um die Kurve Oh, ich hasse dich, der Stuhl manchmal, weißt du das Ich muss ihn mal hier hinlocken Los, los Nein, der kriegt mich Ich kann hier nicht um die Ecke laufen Ja, dann mach jetzt was und steh ja nicht rum So, hab ich Oh, ich kann speichern Das ist immer eine Top-Idee, wenn ich überall Checkpoints habe Immer ein gutes Zeichen Ist so So, wo müssen wir denn hin? Ich würde sagen, einmal in die Etage 1 Wie du einfach nur von Stockwerk zu Stockwerk hüpfst Voll unnötig Sehe ich genauso So, das ist jetzt Stockwerk 2 Das heißt, noch eine Etage tiefer Boah, sieht richtig schön aus hier Vielleicht kommt ja bald das Laboratory Wer möchte sowas speedrunnen? Komm, noch ein Stück, noch ein Stück An dem kommst du nicht vorbei Nee? Ja, oder doch Der war aber lame Der war ja auch Ja, suppi Suppiduppi Chris, Chris Das Blut ist grün Oh mein Gott So, wo sind wir denn hier überhaupt? Den Bildschirm wollte ich gar nicht Wo sind wir denn hier überhaupt? Was ist denn hier oben? Ein richtig eingesetzter Schweißbrenner schneidet Löcher in Metall Die Schlüssel für das Sonderlager im ersten Stock sind weg Aber der Schweißbrenner könnte hier nützlich sein Das kriegt er auch nicht Weiß ich nicht Auf jeden Fall ist hier ein Zombie, den ich killen kann Der mir hoffentlich was Leckeres gibt Du hast nur noch wenig Schuss Ich weiß Muss mal gerade ganz kurz umrüsten Der Stummgewehr einfach immer ist Ist so Boah Der Stummgewehr rotzt schon richtig gut weg, ey Pumpgun, Salven Ist okay Ist okay Da fahren wir hier oben mal aufgeräumt Habe ich jetzt eigentlich diesen scheiß Gasbrenner? Ja, natürlich Kannst du mal das Pumpgun wechseln? Ja, mach ich auch Das ist eine gute Idee, Herr Doktor So, hier unten gibt es so hundertprozentig auch noch irgendeinen geilen Schüssel Boah, voll der Gremit Besser Keyhunt Joa, hier ist gähnende Leere Amazing Boah, ich sag's dir Resi 2 war geil, ne? Aber das hier Oh, schon wieder einer Der mir irgendwas gibt Hallo Ich glaube, ich hab dich nicht gesehen, du Penner, ne? Der hat doch bestimmt den Schweißbrenner Boah Wie er mich einfach fistet, ey Echt? Kannst du nicht mal heilen? Ja, ich hab auch was gekriegt jetzt Kannst du ein grünes nehmen Mach ich auch Aber hey, die Kevlar hat was gebracht Noch hält sie auch, lustigerweise, ne? So gut so So, hier ist einfach mal nix Hier ist ein bisschen Oh, ich glaube, ich weiß Du hast schon der vorderliche Objekt nicht Oh Gott Oh Gott Du brauchst die Brechstange Echt? Nicht die Karte? Ne, ich hab was von der Brechstange gelesen Guck einfach auf die Karte, wo es rot blinkt Naja Ich such nochmal hier, wo irgendwas fäschiges hier ist Ne Ne, ich auch nicht Ich geh da auch nicht Kann ich vielleicht hier mit da rein? Ne, kann ich hier mit da rein? Was? Ne, random door aufschweißt man Was? Daran solltest du langsam gewöhnt sein Waaah, okay Okay, rot Ist okay, ist mir egal, nehm ich trotzdem Was, Kratos 51? So green Wieso Sind hier überall Was bloß auch, wenn ich einer kriege, kriege ich alle drei Ja, ja, ich weiß Oh, der hat was Den musst du kriegen Noch nicht Da ist die Tür Das Problem ist, wenn ich ihn jetzt einlade Warte Hier war irgendwas Ja, klar Das Key-Item liegt einfach irgendwo versteckt Ey Ohne Scheiß Das ist so langsam ein Muster zu erkennen Bei dem Spiel Hey, ich finde die Key-Items Aber das ist keine Ahnung wo HQ, HQ Du hast das Key-Item nicht Dieses industrielle Werkzeug Wird zum Öffnen verschlossen Oder bei Kita Ich kann das eh wieder in irgendeiner Tür benutzen Der gute alte Brechstange Nein, der ist für die Kiste oben Im zweiten Stock Dann wird mal Du kannst dann genau die Kiste aufmachen Soll ich ihn killen? Ja Ich versuche ihn mal so zu killen Dass ich nur ihn treffe Shit Und auch nicht damage Der Ficker Doch, Pistolenkugel, schön Jawohl, schlechter als die Pumpkanne sind die schonmal nicht Noch viel aber Tschüss Ich muss jetzt einmal die Kiste testen Unten war aber auch noch eine Tür, ja Äh, warte Are you fucking shitting me? Schaffst du es noch? Ja, schaffe ich noch Nein, for fuck's sake Dude Kann ich da rechts irgendwie rein? Wieso drücke ich immer select? Ja, ich komme da von rechts noch rein Also gehe ich da von rechts rein Hm Weißt du, ich kämpfe ja sehr gerne Aber nicht so Nicht so Wir müssen unbedingt noch die Kiste öffnen Im zweiten Stock nachher Ich will wissen, was da drin ist Bestimmt eine geile Waffe Die Granatenwerfer oder so eine Scheiße Ich hasse euch alle Weißt du, wo der Crewraum im zweiten Stock war? Bestimmt irgendwo wieder links Oder so eine Scheiße Hier irgendwo, ne? Da wird aber schon rot angezeigt Auch nicht Ne, ne Das ist ja optional Die Kiste, glaube ich Da sind bestimmt irgendwelche Waffen drin Boah, frag mich nicht Ich meine, für Bosse brauchen wir es nicht Hast du gesehen, wie der Sturmgewehr weggefistet hat Aber Ich gehe jetzt einfach mal hier runter Und ich muss ihn legen Ich komme eigentlich drum rum Jo Ist ja nur einer Ordentlich Headshot Headshot Das lebt ja schon wieder War ich hier schon mal? Ne Boah, hörhörr wie angerannt kommt der Penner Wir machen nur einer diesmal So, danach kannst du dich wieder heilen Kevlar lässt danke nur nach Eta. Holy! Das war Knappi. Ja, grünes Grau, das ist ja lieb von dem. Nee, du kannst gleich mal ein gelbes schlucken jetzt. Ich kann auch ein rotes nehmen. Oder eins von den sechs. Wofür, wenn nicht das gelbe vollkommen heilt? Nee, ich bin auf Dangerous. Ich nehme jetzt einfach eins von den sechs. Ich habe hier sechs davon. Haha, ich habe sechs davon.